Leute, mir fällt etwas auf. Ich habe die ganzen letzten sieben Tage kein einziges Mal Analabfall gemacht. Entweder liegt das aus psychosomatischen Gründen, dass mein Darm weiß, dass wenn ich Biomüll durch mein Rektum schieben würde, beziehungsweise das aus dem Rektum herausfällt und ich dann meinen Anus abwaschen werde mit Naturpapieren, dass das wahrscheinlich befremdlich und unangenehm sein wird und dass der sich deswegen sich nicht meldet. Weil ich habe ja weder Toilettenpapier noch Taschentücher. Deswegen muss ich Naturpapiere benutzen, falls ich Analabfall machen sollte. Oder es könnte auch sein, weil ich die gesamte Woche so bescheiden gefressen habe. Aber ich glaube eher an psychosomatischen Gründen. Dass sich mein Darm weigert, sich zu melden, weil das unangenehm sein könnte. Und das, weil ich weiß, wann Schluss ist mit dem Selbstversuch, dass sich dann wahrscheinlich mein Darm irgendwann morgen meldet, wenn ich wieder in der Zivilisation zurück bin. Ich glaube, genau so passiert das, glaube ich. Genau so wird das passieren. Da glaube ich dran. Ich finde es richtig feierlich. Analabfall.